Hallo rö, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus, bewertet die Folge und viel Spaß. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, dass ich nicht was, eine Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren und wie Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Bitte, was? Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Alles klar. Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Ich finde den Powerknopf nicht. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Erzählt das? Ja. Nein, ich respektiere... Wollen wir Jesus einen Bart malen? Später. Scherze über Christentum sind auf jeden Fall ein heißes Eisen. Von solchen Eisen habe ich noch eine Menge im Feuer. Amen. Das ist ein Altar und kein Mitbringen-Buffet. Ja und? Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Hm. Irrtum. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Ah, Alter. Das ist ein Altar und kein Mitbringen-Buffet. Egal. Bist du gläubig, Harvey? Zählt das? Nein. Ich respektiere... Ha. Wollen wir Jesus anspäten? Nein. Er sieht hungrig aus. Ja. Harvey ist hot. This is not. Harvey ist odd. This is not. Harvey ist god. God is not. Harvey ist god? Ich lache mich tot. Hm. Gute Idee. Warte, was war das jetzt? Das? Harvey ist... Ja. Okay. Um Jesus' Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine... Oh. Was? Okay. 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 Ich bin nicht so der pastorale Typ. Ich bin nicht so der Pastor... Okay. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen Presslufthammer. Alles klar. Erstmal Gesicht drauf mal ein. Die Kanzel ist aus Andergaster. Die Kanzel ist kalt wie eine Ministrantenschnauze. Hm, okay. Wie geht? Da steht schon ein Topf. Auch Pastoren haben Bedürfnisse. Gute Idee. So sollte ich... Hm. Na nun? Das wirkt ja gar nicht. Ach, hier steht's ja. Hilft nicht gegen Kanzelrost. Na dann... Die Kanzel ist nicht geschraubt. Die Kanzel ist nicht geschraubt. Sie wurde im Stück aus einer Steineiche gemeißelt. Hat sie das gerade zweimal gesagt? Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von... Wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Stan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt's im dritten Teil, gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Und ich fand's lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage hört und halt irgendwelche satanistischen Metalbands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe. Die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, hab ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar hab ich mit einer Freundin damals, Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden. Hotzenplotz Crew Siegen. Das fand ich so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben. Dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Alles klar. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Es hängt gut, wo es hängt. Are you ready to rock? Yeah! Das wäre Blasphemie. Äh, okay. Was hältst du davon, Harvey? Wow, God Sucks Inc. Meine Lieblings-New-Metal-Band. Ja, ich bin auch Hardcore. Yeah. Die Jungs wären stolz auf mich. Wenn der Sänger das hier sieht, dann muss er sich mit mir verabreden. Natürlich. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Auf jeden. Ja, die Jungs sind heiß. Niemals. Ich stehe auf die rostige Stimme des Sängers. Die Jungs haben den Schlüssel zum Rock Olymp. Die Jungs haben bereits eine Schraube locker. What? Metal. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Es hängt gut, wo es hängt. Are you ready? Yeah! Das wäre Blasphemie. Was hältst du davon, Harvey? Boah! Even Blacker Sabbath. Meine Lieblings-Death-Metal-Band. Hey, yo. Ja, die Jungs... Die haben die Punkte falsch verbunden. Das ist doch eigentlich ein Elefant. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Auf jeden. Ja. Nein. Metal. Jetzt zweimal? What? Die Jungs... Niemals. Die Jungs haben... Okay. Fernseher... Okay, gucken wir uns mal hier alles an. Nette Anlage. Genau. In die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Da spreche ich lieber erst mit meinem Anlageberater. Keine Zeitmusik zu hören. Doch. Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! So eine Stereoanlage kann sie zerschneiden. Echt jetzt? Manche Leute gehen übervorsichtig mit ihren Hi-Fi-Geräten um. Ups. Äh... Kombiniere, Musik liegt in der Luft und Luft liegt im Topf. Und von Luft im Bauch muss man pupschen. Hahaha. Warum? Das ist so dumm. Mir gehen wieder die Ideen aus. Kein Rost. Die Anlage ist gut gepflegt. Ui. Willkommen auf Welle Blau. HW Radio 111,6. Hier gibt's die crazy Songs, die euch die Fußnägel hochkrempeln. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Hey. Finger weg. Der war teuer. Okay. Hallo? Hallo? Komisch. Er hört nicht. Keine Zeitmusik zu hören. Doch. Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Egal. Die Kopfhörer zerschlagen? Die brauche ich doch noch. Gut zu wissen. Das schließt sich zwar nicht aus, es passt aber auch nicht zusammen. Wenn ich das Kabel kappe, dann funktioniert er nicht mehr. Seit wann bist du so zipperlich? Stimmt, Edna. Praktisch. Wenn man beim Musikhören keine Druckstellen an den Ohren will. Na so ein Käse. Je größer die Druckstellen, desto besser die Musik. Das ist ein Kopfhörer, kein Topfhörer. Ach so. Ja, das war mein Fehler. Hab mich verlesen. Der Generalschlüssel ist nicht zu laut. Ist ja auch kein Notenschlüssel. Benutze Antioxidationsmittel mit Kopfhörer. Nenn mir einen triptigen Grund dafür. Selindium. Ich hoffe, es hilft. Alles klar. Nicht schlecht. Hey, Finger weg. Der war teuer. Oh. Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Hey, Finger weg. Der war teuer. Das ist denn nicht juckt, dass wir überhaupt hier drin sind. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll. Wollen wir den Poloschläger elektrisch verstärken? Nein. Er hat auch so schon genug Bums. Man kann nie genug Bums haben. Das stimmt allerdings. Lieber nicht. Es gibt keine Ersatzseiten. Elvis was here. Wo? Ich erkenne es nicht. Topflappen sind was für Weichnasen. Beim Gitarrespielen müssen die Fingerkuppen in Flammen stehen. Der Topf hatte Verstärkung angefordert. Aber das Gemüse war noch immer in der Überzahl. Das ist ein Generalschlüssel. Kein E-Neral-Schlüssel. Ja, meine Gitarrenkünste sind etwas eingerostet. Ach, wir könnten ja einfach ein wenig drauf losschruddeln. Ätna, Ätna, Ätna. Ich habe die Idee. Nur drei Worte. Elektrisch. Verstärkte. Fußnägel. Ich habe auch drei Worte, Harvey. Vergiss. Es. Ähm. Sofort. Nicht gerade die Naumburger Dummzeit. Es hängt gut, wo es hängt. Ja, okay, das hatten wir alles schon mal. Ich kann nur das hier machen. Ich wette, das muss... Und das hier. Mit... Yeah. Das Logo ist mit Streifen noch cooler. Ja. Ich wette, das muss... Ich wette, das muss... Ich wette, das... Wenn der Sänger das hier sieht, dann... Okay. Oh. Ist das nicht das? Äh... H... H... D... E... A... G... H... H... Ne, warte mal. H... Okay. H... 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 Es läuft ein Musiksender. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher ausklicken, Clown. Ich muss doch sehr bitten. Ich will das noch sehen. Egal. Haben wir das Buch jetzt schon? Ja, ne? Ja, klar, das war das. Na, reden wir nochmal mit ihm hier. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Conrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit. Ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann es nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Eine kleine Notiz am Heftrand wird ja wohl nichts stören. Hups, da bin ich wohl etwas verrutscht. Nein. Sieht gemütlich aus. Ich habe keine... Ja, okay. Hm. Der kriegt hier keinen Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Äh. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. Ich will das noch nicht machen. So. Jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist dir auch besser. Alles klar. Wir sind in der Kirche mit dem... Ach, ich... Nee. Nee, nee. Ich weiß, das habe ich. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.